Hi, wir sind Claire und wir sind gerade bei uns im Proberaum. Los, komm rein! Ja, von ein paar Jahren durfte wir bei den Lokalhelden mitmachen und es war für uns ja auf jeden Fall als Band so ein bisschen Startschuss. Wir haben das erste Mal dann bei egoFM auch live gespielt, waren das erste Mal im Radio und es war auf jeden Fall eine richtig geile Sache für uns und wir durften dann letztes Jahr auf dem egoFM-Fest spielen in der Muffathalle, was richtig geil war und ihr habt dieses Jahr genau diese Chance. Ihr könnt euch bewerben. Alles, was ihr machen müsst, ist euch hier bewerben und wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück und tai tai tai. Tschüss! 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 Tschüss!